Hallo Diallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft Together mit Schuhsein und Wasserma Hallo Hallo Mano Ich war gerade, Mann Kannst mich nass machen hier Siehste, fängt schon wieder an hier, deinetwegen Oh, ich weiß nicht Ah Mist, die Aufnahme läuft Na gut, okay, dann will ich das Gute auch jetzt nicht unterbrechen Viel Spaß euch beiden Tschüss So, wo waren wir denn? Ihr habt ja hier draußen, hab ich gesehen, habt ihr ja was gemacht Und drinnen, habt ihr drinnen da auch irgendwas gemacht auf der anderen Seite des Eingangs? Ja, die Höhle so ein bisschen gebuddelt Hier? Hier, ja Aha Wo denn? Äh, hier Hier? Hier Ah So ein bisschen vergrößert schon mal Ah, okay Wow Und, äh Ihr habt es aber echt übertrieben da oben Oh, ja Huch Holla Das wären die Seitenschiffe, ja? Genau Okay Baut man das ja auch noch, nein, das bauen wir nicht mehr aus Was denn? Da hinten, die Schacht quasi Ob man da auch noch alles reinbaut, alles vollbaut, aber ich glaube das macht man nicht Wobei hier, das wäre natürlich, das ist da, das ist natürlich schon cool, so eine hohe Decke Ja Das ist fast so wie zuhause im Wohnzimmer Ja Aber die Heizkosten Ja, mit Lava-Heizung direkt Okay Ist doch okay Lava-Heizung ist, glaube ich, okay Ich glaube, ich weiß nicht, ob das zulässig ist, aber Ja, ich weiß auch nicht, musst du dann eine bestimmte Brandschutzverordnung erfüllen, glaube ich Meinst du bei Lava schon? Mhm Ist doch kein Feuer, kein offenes Oh, guck mal Ja War im Wasserbad Ah Cool Aber es hat die falsche Farbe Richtig Das, 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 das So, was machen wir jetzt? Hallo, wir sind sie? Hallo Ich grüße sie, liebe Bürgerinnen und Bürger Bei mir ist das wieder die, wo ich neulich schon so losgelacht hab mit Aber Frau Merkel hat ja auch gar keine Brille auf Aber ich finde, der Rest, den finde ich sehr passend, aber Ja Kennst du diese Buchhalter-Zombiefrau? Mhm Die ist, bei mir ist die das Achso, bei mir ist das ne andere, aber Ah Leider nicht überall gleich, aber Wir sind ja mit dem Kopieren ganz weit, aber nicht ganz fertig Mhm Aber mit den Armen muss man natürlich echt mal überlegen, wie man das dann Macht, also es Macht Ja Eigentlich nur dann Sinn, wenn man den Die Arme spiegelt Mhm Und Die Spitzhacke oder Axt oder was auch immer man nimmt, auf die andere Seite setzt Ja Weil zwischen Äh, Statue und am Tür passt es halt nicht mehr Ne, nicht wirklich Hm Ähm Tja, bei Grupp nicht Wollen wir mal gucken Ich mach jetzt erstmal hier einfache Arbeiten heute Ein bisschen, ich bin nicht so ganz Hm So ganz, äh Auf dem Laufenden Bei dir Wie es jetzt hier überhaupt weitergehen soll Bei dir Hier mit der Welt Da muss ich mich erstmal wieder reinfinden Ich war jetzt immerhin Ja Ja Ne ganze Zeit auch nicht hier Ja Aufnahme lang oder so Hm 20 Minuten sozusagen Ja, ich musste mich dann entscheiden zwischen Entzugserscheinungen oder ähm Doch nicht aufnehmen Ich hab mich dann für Ne, andersrum Hä Okay Hi, Herr Sommer Guten Morgen Ja Ja Hab ich das da jetzt falsch gemacht oder richtig Bestimmt hab ich das richtig gemacht, das ist ja scheiße Ganz aus Versehen Ja, sollte gar nicht War, lag nicht in meiner Absicht Wie konnte das passieren? Ja, das passiert mir sonst nicht Nee, irgendwie nicht, ne? Nee Das gehört nicht zu meinen Gewohnheiten Ja, ob jemand, äh Was ich heute noch nicht gesehen habe Mh Waren Kommentare Mh Mit äh Geäußerten Wünschen hinsichtlich Redstone Ja Äh, die Idee ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt Ähm Aber Aber Ich frag mich, ob Ähm, also Dann kann ich da ja auch nicht mitmachen Ja, das war ja der Plan Achso Warum kannst du da nicht mitmachen? Ich kann doch kein Redstone Ja, das macht ja nichts Ja Oder du Tutorialisierst mich Ja, und du stellst dumme Fragen Und ich stelle dumme Fragen Und baue das dann, weil wir irgendwas machen wollen Ja, und nach einer halben Stunde geben wir dann auf und ich baue das dann einfach noch schnell hin, dass das dann auch funktioniert Du hast dann schon mal was vorbereitet Du hast dann schon mal was vorbereitet Das hatten wir noch nicht auch mal Genau Mit den, mit den, mit den Säulen da Ah, stimmt Ja Ähm Ja Und dann wieder zurück Hidden Versteckt Ist wahrscheinlich zu einfach die Aufgabe, ne, für so ein Tutorial Äh, okay, also es gibt dann doch keine Redstone Tutorials Warum nicht? Es gibt nur einen Redstone Tutorials Ja, genau Die nächsten 50 Folgen Ach man, schade Ich mach mal lieber wieder Tag, das kann ich Dummdi-Dum Das ist wie, mit dem Autofahrer hinter, ne Also, freundlich mit seinem Mittelfinger winkt Ja War der Hausmeister und die anderen Finger waren ab Tja, Alter Also, wir hatten, wir hatten früher in der Grundschule, hatten wir einen Hausmeister Der ist inzwischen, ja, der ist inzwischen aber glaube ich nicht Ja, der durfte auch, der hat auch tatsächlich noch was machen dürfen Ich glaube, heute, die dürfen noch Glühbirnen wechseln oder so Ich glaube, nicht mal mehr das Nicht mal mehr das, wahrscheinlich muss auch dafür der LL Ja, also ganz merkwürdig ja inzwischen Ja Also, früher hat der ja alles gemacht Und von seinen zehn Fingern waren, glaube ich, noch insgesamt drei oder vier übrig Also, drei ganz und vier, also einer dann noch so halb oder so Weil, was weiß ich, Tischplatten zurechtsägen oder was auch immer Man damals als Hausmeister alles gemacht hat Ja Granaten aus dem Weltkrieg, die im Garten gefunden wurden, noch eben entsorgensicher Genau Ausbuddeln Spielt nicht mit Feuerwerk So, wie geht's denn jetzt, jetzt, oha Ja Also, diesen Arm kriege ich, glaube ich, kopiert hin Diesen? Ah, diesen Diesen, diesen, jenen Ja Aber Ja, doch, da ist der okay Ähm, bei dem anderen wird's dann schwer, glaube ich Meinst du? Ja Ich würde das ja gerne clever machen, aber das geht nicht Man muss immer hin und her fliegen, ne Ja Ja, anders wüsste ich jetzt nicht, wie du das machen könntest Ich auch nicht Bleibt mir wohl nichts anderes übrig Hä Hä Ah, war ich doch eigentlich nicht so Ich bin doch so faul Oh Oh man So faul Ich bin so faul Das sollte ich jetzt nicht singen, ne? Äh, ne Nee Nee, muss nicht Aber das dürfte man, glaube ich Auf YouTube Also, ich weiß nicht, ob die Genfer Ja, die Genfer Konvention, scheiße Wer hat denn die eigentlich erfunden? Die Schweizer waren's Die Genfer Die Genfer Die Schweizer, von Ricola Die haben die Genfer Konvention erfunden? Ja, natürlich, wer denn sonst? Wer hat's erfunden? Ricola Ricola, scheiße Watt, 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 watt Da fehlt ja was Ach, du machst die Lampe jetzt Ja Okay Oh, ne Laterne Oh, ne, hallo Hallo Hängen die doch den Typen da in die Hände Ja, oder das Ja Schuhsie Schuh sein Schuhsie Schuhsie Von Hühnchen Schuhsie Schuhsie Ein paar zu viele Tabletten genommen heute, Herr Sommer Was? Schuhsie Schuhsie Ja, können wir auch machen, klar Dann hängen wir die in die Laterne in der Hand Ich weiß nicht, was sagt Schuhsie denn dazu? Ich weiß nicht, was sagt Schuhsie denn dazu? Pfff, ihr könnt so viele Hände hängen wie ihr wollt Dann haben wir nämlich auch das Problem nicht mit dieser, mit der, mit der, mit der, mit der rechten Hand die nach vorne gestrickt ist oder so, das könnte ja zu komischen Assoziationen führen, das wirkt so abwehrend, wisst ihr? So eine abwehrende Geste, wir wollen ja niemanden abwehren Genau Kommt ja eh niemand rein Eben Was soll man da jemanden abwehren? Dann kann das, darf ich das, deine, das Holzgestänge hier mal wegtun? Darfst du? Mach mein Gestänge weg Ja, mach ich Ups Ups Ich wollte mich umschuhen, ne Moment Was? Nix Für den Satz nicht zu Ende Nein, hab ich auch grad so gedacht, das lassen wir mal Äh Ich hab den Satz nicht zu Ende geführt Aber er brennt auf der Zunge Welcher denn? Ne, nix Ich will den nicht zu Ende führen Ok Ich will nicht Aber er brennt auf der Zunge Ah ok, das ist ja ganz easy 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 For me Ey Wenn ich denn die richtigen Blöcke zur richtigen Zeit setze So Der eine ist dann halt ein Linksträger und der andere ist ein Rechtsträger Ja, genau Ah, ich meine, da muss man aber die Hand noch eben Ähm Ändern Ja, macht man das hier aus Metall? Den Griff? Den Rand? Den Rand? Ja, ich weiß das noch nicht Also nur das hier? Ja, kann man auch Ich mach's mal wieder so wie es war Entschuldigung Nein, ne, mach doch ruhig Ich weiß ja selber noch nicht so ganz wie es dann werden soll Ich muss erst mal mich mit Toggle Downfall Eine Stunde beschäftigen Sprich mit der Hand Talk to my hand Talk to my hand Welcher berühmte Was waren das? Österreicher, ne? Ja Ähm Jetzt wollte ich gerade fragen Hat eine ähnliche Handgeste Nein Welcher berühmte Österreicher Ähm Prägte diesen Ich weiß es, ich weiß es Prägte diesen Satz Talk to my hand Talk to my hand Talk to my hand In Terminator 2 Oh Ah Ah Nee, ich komm nicht drauf Hat der überhaupt eine Österreicher? Durften die da mitspielen? Weiß ich nicht Oh mein Gott Jetzt ist aber hier auch Jetzt muss ich hier ja quasi noch eine Hand Ich hatte doch schon Die war doch schon eigentlich gar Ich fand die, ich fand die gut Ja, warum hast du die dann mitgemacht? Ja, weil ich eine scheiß Idee hatte Und wer scheiß Ideen hat Der muss das halt dann auch ausbaden Echt? Mhm Naja gut, dann will ich mich da mal Dann will ich das auch mal machen Oh Gott Ähm Jetzt muss ich mal eben Darf ich die dann noch Ich mach die halt einfach mal weg Die stören mich gar nicht Mach doch Ja, Mann Ja, Mann Wieso macht der den denn so? Hä? Verstehe ich das? Hm Ja, weil hier ja auch eine Treppe dran ist Ah, jetzt aber nicht mehr Nun Jetzt sind sie zwar auch noch dran So Wuhu Ah... Was geht? Er wurde drin jen Jerome Ja Bisschen noch da? Ja Du auch Sag doch doch mal was Beep Nicht so viel Trölt Ich habe gerade nicht so viel zu erzählen Ich bin hier voll konzentriert am Bauen Ah Mist Wie Mist Nein, das war Genau, hör auf sich zu konzentrieren Da kommt da noch was vernünftiges bei raus Hör sofort auf Tja Nein, nein, ah, nein, ah So Jetzt müsste man irgendwie Da kriegt man natürlich keinen rein Hm Das möchte ich auch Was? Was? Was kriegt man wo nicht rein? Ich hätte hier gerne den Griff drin gehabt Aber das geht natürlich nicht Weil es aus Treppen ist Ah Mist Ne, mach doch nicht Ne, dann müsste ich den Mist Also sonst fand ich die gar nicht so schlecht Die Hand Aber so ist es nicht Ja Könnte man So ein bisschen geschummelt Der hat ja auch noch Der kriegt ja auch noch irgendwo einen Daumen hin Warte mal eben Ja Ich weiß gar nicht wo Ich lass mal den halt weg Ach der Daumen Was will der auch mit dem Daumen Genau Muss die Lampe nur noch ein bisschen versetzt werden dann glaube ich Ja Warte Lass mal erst Ich glaube Ne Ich Die Hand ist noch Gefällt mir nicht Ne Ich mach das nochmal neu Okay Also Schade Also ich fand sie ja gar nicht so schlecht aus Aber sie war unpraktisch Ich hab hier eine unpraktische Hand Ja Das ist doof Autsch So 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 Und jetzt fehlt ja eigentlich da nur Ne Hand Der 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 Das soll ja sowas wie einen Daumen darstellen Ich glaube ich bin zu dicht dran Entschuldigung Oh Alles gut Hm Ja Eine Hand fehlt auch irgendwie noch Das stimmt So Jetzt hatte ich gesagt Der Griff soll irgendwo möglichst durchkommen können Ne Mh Ups Da Ach das wird ja schon wieder Dunkel Nein Und es regnet auch noch Oh Gott So Der Griff kommt jetzt genau Hierhin So Da kommt der Griff hin Ich mach den auch etwas größer Damit ich den auch sehe Und im Gedächtnisbehalt Wo der hin soll Schuh sein Ja bitte Bist du noch da Ja bin ich Schön Ja Ich weiß Okay Was denn? Ach nix So Ich glaube Könnte aber auch anders sein Ja Was denn? Weiß ich nicht Ich glaube das sieht schon wieder scheiße aus Aber es liegt nur am Daumen So Und der Daumen ist zu lang Ja ich glaube das kann man so Ja doch Das war Naja Mit viel Fantasie hast du auch noch was anderes raus gemacht Wie ist das damals noch? Shaker Maker ne? Kennt ihr wieder nicht Äh ne Kenne ich nicht wirklich Ja Kenne ich auch nicht Ich glaube so alt sind wir doch noch nicht Oh man Aber das war auch noch was anderes War auch was anderes Ich hab mal wieder voll hier Blödsinn gelabert Achso Ja 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 No 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 Zack So Ah Ich kann auch so sagen Das mit den Ecken finde ich super Ja? Ja Machen wir oben glaube ich auch so ne? Würde ich fast Also ich würde das sagen ja Achso, da ist ja schon. So, bevor ich jetzt hier gleich weiter kopiere, helfe ich dir lieber. Du, du Amster. Sieht das so aus mit dem Glas? Das Glas finde ich okay. Tja, aber irgendwas stört. Und er, die Hand. Doch, irgendwie stört die Hand. Nein, die stört natürlich nicht. Ach, jetzt hör mal auf. Aber die stört irgendwie. Ja, dann machst du weg. Geht ja auch nicht. Dann kriegt er halt da so einen Piratenhaken, wo man die Laterne reinhängen kann. Cool. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Das ist ein Zwerg. Die haben alle Piratenhaken. Vielleicht gab es ja auch kleine Piraten. Zwergenpiraten? Mhm. Glaube ich nicht. Und du meinst den schwarzen, den Netherstone-Zaun? Ja, würde ich sagen. Den Hellen würde ich nicht so gerne nehmen, weil die Statuen, äh Statuen, ja. Die Statuen, die steht ja eigentlich schon so ein paar Tage. Ah, okay. Und dann weiß ich nicht, dann finde ich helles Holz dahingehend nicht so gut. Ja, das stimmt. Das sieht dann noch so neu und unbenutzt aus. Da hast du vollkommen wahr... Wie sieht denn das aus mit... Mit dem? Ja. Sieht auch sehr hell aus, ne? Na ja, gut, da ist ein bisschen Rost dran, aber... Mhm. Ach doch, das geht aber auch. Meinst du? Ja. Und oben? Oben, den würde ich ruhig lassen, oder? Für den Griff. Ja? Ja. So. Na gut. Wobei das sehr verschwindet hinter dem dunklen Arm. Das macht ja nichts. Ne. So, jetzt muss ich ja quasi nur die Hand eben kopieren. Juuu. Ist das Sinn? Ne. Nicht so schief. Ich, äh, probier das mal, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja. Okay. Also soweit ist ja schon mal ganz gut. Ja. Der ist da direkt dran. Mist. Mist. Wir müssten den... Zwerg noch ein... Irgendwie... Müssen wir den Zwerg verschieben? Müssen wir den Zwerg verschieben. Okay. Ähm. Ich fang schon mal an. Oder muss ich nur den Arm weiter... Warte mal, warte, 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 warte. Den Arm weitermachen. Hm. Oder nur die Hand? Ach, egal. Ne, es ging schon mehr um den Mantel, weil der eine Mantel ist da halt direkt dran und der andere nicht. Ja. Das sieht ein bisschen... Äh, ich finde das macht den Eindruck ein bisschen schief. Ach. Nicht? Gucke ich mal, wie das denn aussieht, wenn ich das hier einfach weg mache. Geht eigentlich auch, oder? Ja. Was jetzt? Ich habe das da einfach mal stümperhaft korrigiert. Achso, sonst hätten wir hier auf der anderen Seite noch ein Stück Mantel dran gemacht. Ja, dann... Ne, das ist... Nein. Ne? Ne. Lieber auf der einen. Obwohl, vielleicht doch. Hm. Hm. Wie viel waren das denn jetzt? Eins. Drei. Eins. Ne. Ah. Den wollte ich ja haben. Eins, zwei, drei. Zack. Hm. Jetzt kann ich da ja gar nicht mehr bei dir abgucken. Achso. Ne. Tata. 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 So müsste es eigentlich sein. Tata. 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 Nö? Hm. Tata. 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 Hm. 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 Ja, dann nützt es nichts. Da muss der Zwerg irgendwie etwas breitbeiniger stehen, dass er etwas breiter ist. nützt ja alles nix ich hätte es ja gerne anders gehabt aber nein nicht getroffen was du jetzt den zwergbreiter nein das war ein scherz das war nur ein scherz ich probiere mal eben was den zwergbreiter machen ja ich mache ja alles bevor ich jetzt weiter kopieren muss mache ich ja alles nur um nicht weiter zu kopieren zu kopieren zu müssen zu kopieren zu müssen ja der arm ist jetzt aber auch irgendwie ach manno was hab ich denn da für eine scheiß geplanung gehabt gar keine mal wieder nö wie immer mann na gut okay dann ist das einfach so also einen breiter kann ich nicht vertreten rein optisch jetzt schon nicht okay das kann ich nicht vertreten hallo laterne ich widme mich dem problem irgendwann bis dahin fällt euch sicherlich eine bessere lösung ein oder nicht unbedingt ne wollen wir mal die folge eben beenden das kurz irgendwie sacken lassen ja können wir machen wo ist ein Schuhsein schon wieder der ist so ruhig heute ja ich war geradeaus also mein mikrofon war gerade kurz aus geradeaus ja geradeaus geradeaus Schuhsein ist heute aus ja wolltest du Aufnahme beenden oder ja wollte ich gerade aber nicht ohne dir tschüss zu sagen ja tschüss tschüss tschüss